Yo, Freunde, was geht? Einen wundervollen guten Morgen und willkommen zu einem neuen Fortnite-Shop. Wie jeden Tag reagiere ich natürlich auch heute auf den Shop zusammen mit euch, also let's go! Und zwar haben wir dort als allererstes die Scharlach-Kommandantin drin, ein ziemlich geiler Skin für 800 V-Bucks und hat sogar einen zweiten Style bekommen, der auch ziemlich cool ausschaut. Blutrote Elite ist der männliche Skin dazu, finde ich persönlich okay, I guess. Komplex-Skin, oh nice, den Skin konnte man auch mal for free bekommen, ja, ist eigentlich ein ganz nicer Skin, hat auch einen zweiten Style, wie ihr seht, und diesen Backpack dazu. Passend dazu gibt es auch noch die Hacke Straßenglanz, so neonmäßig leuchtet, relativ teuer, 1200 V-Bucks ist für eine Hacke ziemlich teuer. Actually, da haben wir noch den Eck-Zielgleiter für 500 V-Bucks, den habe ich mir sogar geholt, und auch noch die Farbfleck-Lackierung, die so leicht animiert ist, ihr seht es hier ganz leicht. Bewegt sich das so ein bisschen. Genau, das ist die erste Reihe, dann haben wir die gesamten Golfer wieder drin. Ich glaube, die haben sich wirklich nur ganz wenig Leute geholt. Wenn die nicht zurückgekommen wären, wären das, glaube ich, ziemlich seltene Skins geworden. Man kann sich alle zusammen für 50% Rabatt holen, ne, dann kostet es nur 2,5. Und man kann sich die Sachen auch einzeln holen. Der Golfschläger ist eigentlich ganz cool, die Hacke, vielleicht für Golf-Fans wahrscheinlich, Leute, die gerne Golf spielen, finde ich persönlich jetzt nicht so krass, aber, ja, die Skins sind in Ordnung, würde ich sagen. Ja, es gibt verschiedene Styles davon, man kann es immer ein bisschen umändern hier, färben, die Brille an- und ausmachen und so weiter. Ja, ist okay. Also, ich habe mir jetzt persönlich keinen davon geholt. Und Finsterherz ist wieder drin für 1,5, cooler Skin, cooler Backpack. Dann der Ichielger-Skin, mein Geschmack ein bisschen zu riesig. Ja, ich finde, der spielt sich immer nicht so cool, aber schaut schon auf jeden Fall heftig aus. Dann eine, oh, warte, die ist neu, oder? Ja, es gibt wieder was Neues heute im Shop drin, und zwar die 8-Kit-Lackierung. 8-Kit, ah, okay, Wortspiel, ja, 8-Bit quasi, und dann noch dieses, diese Katze hier vorne drauf. Ist animiert, kann man ein bisschen ranzoomen. Ja, also, oh, das ist, das ist Nyan Cat, oder? Das ist eine Anspielung auf Nyan Cat wahrscheinlich. So ein bisschen, oder? Mit dem Regenbogen hinten dran, würde ich schon sagen. Ähm, ah, ja, auf jeden Fall, coole Lackierung, ist jetzt nicht so mega special. Also, ich glaube, die würde ich wahrscheinlich eher nicht spielen. Da gibt's coolere animierte Lackierungen, also Magma-Lackierungen, wie sie alle heißen, sind da für meinen Geschmack ein bisschen geiler. Aber vielleicht alle Nyan Cat-Fans finden das jetzt, äh, finden das cool. Oh, ja, 500 Übers ist dafür ein ordentlicher Preis, aber wenigstens was Neues. Meckern wir nicht, wenigstens was Neues, äh, besser als gar nichts Neues. Dann haben wir Elektro-Shuffle aus Season 1 OG. Finde ich auch cool. Da haben wir sogar meine Lieblings-Stands. So, dann haben wir noch Say-So, leider Copyrighted, da können wir nichts hören, aber geile Musik auf jeden Fall, wenn ihr da die Copyright-Dingster-Funktion deaktiviert habt. Dann der Sehstock, irgendwie so ein U-Stacy-Mode. Keine Ahnung, hab ich noch nie verwendet, tatsächlich. Das Banner, oh, die gesamten Banner-Skins sind auch wieder da, okay, nice. Ja, das sollten die meisten von euch kennen, man kann's als Paket kaufen, also Ausrüstungspaket und, äh, da haben wir die Frauen und die Männer. Und alles gibt's natürlich auch noch einzeln zu kaufen. Ich find vor allen Dingen das Banner-Schild ziemlich geil. Und einen der Banner-Skins würde ich mir auch schon holen. Die sind wirklich fresh. Kann man halt komplett anpassen. Dann, äh, weiß noch drin, oh, ich muss mir unbedingt gleich diesen Emote holen. Ich muss mir V-Bugs aufladen. Darf ich nicht vergessen, diesen Emote zu holen, weil dann hab ich immer noch alle Emotes, die es im Spiel und im Shop gibt. Äh, Jinx auch noch drin, Hawkeye auch noch drin, Pakete auch alle noch drin. Also, ja, cooler Shop heute. Gibt auf jeden Fall einen Top, falls euch was holt. Ihr wisst ja gerne den Creator-Code Snox hier nutzen, wie meinen Kanal Snox mit dem I am Ende dran. Und wenn ihr bis hierhin geschaut habt, könnt ihr natürlich gerne auch noch jetzt einmal den ersten Link in der Videobeschreibung öffnen. Hightech, der Partner von mir, äh, da kommt er dann zu dem Hightech-Shop. Die haben richtig geile PCs, also checkt das gerne mal aus. Kuss an Hightech. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, was aus dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann hast gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Shop-Video. Also, äh, ja, schaut gerne morgen wieder rein. Und dann habt einen tollen Tag, Leute. Bis dann. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020